Herzlich Willkommen zum Minekraft, wie heißt es auch immer, Castle Rush, ne? Castle Rush. Ja, ich habe die Sprungphase, äh, die Bauphase einfach mal übersprungen, die Sprungphase einfach mal überbaut, genau. Und ich hoffe, dass du jetzt relativ schnell durchlaufen meinst und auf zum nächsten. Ja. Das ist so lustig, ich bin jetzt bei dem ersten Typen, ähm, keine Ahnung, der heißt, Serbanes Gold, glaube ich, ist das hier mit mir und ich kriege den ersten Sprung nicht hin, alles klar. Und ich glaube, es ist tatsächlich möglich, dass ich das Shampoo dann schaffe, vor ihm. Auch wenn dieser Sprung, äh, tatsächlich relativ unmöglich ist. Ähm, geht das? Gibt es hier irgendeinen Trick? Ähm, ich würde tatsächlich behaupten, dass dieser Sprung nicht machbar ist. Oh Gott, der Sprung ist nicht machbar, Kollege. Was ist das für ein Sprung? Äh, ja, das geht nicht. Oh, er schubft, ja. So, ist sie. Ähm, okay. Okay, der Sprung war tatsächlich relativ easy. Jetzt spiele ich von Stress mit uns. Oh mein Gott. Oh, hi Jonas. Oh, hi, hi. Ah, hier mit dabei ist Chris, genau, ich kann nicht erwähnen. Hi. Ja, alles klar, komm halt noch lauter rein. Alter, wie soll das gehen? Ich hab keine Ahnung, wie man... Oh mein Gott, das ist nervig. Jo, Sprung war easy. Hä, wie bist du da durchgekommen? Durch die Zäune. Ja. Danke für den Code. Hä, aber ich bleib da jedes Mal hängen bei diesem fucking Zäun. Ja, du musst das schon durch. Ah, jetzt hab ich's auch. Ich war zu dumm. Ja, aber der Rest ist einfach... Oh, die Arena vom Klavier dort. Da war ich derzeit auch schon? Nein, ich war zu übermütig. Zum letzten Checkpoint. Ah ja, da wollte ich einfach zu viel. Scheiße, das war dumm von mir. Ja. Das war eine lustige Map. Ganz spannend. Oh, der eine. Oh mein Gott, mein Leiternsprung. Beide Leiternsprung sind von mir. Einmal der lange und der Seitensprung. Sehr schön. Oh, Alter, wenn ich jetzt alles vorstrahl schaffe, ohne bei dir einmal zu fail, ne? Dann nenne ich mich offiziell um in die Jabba-Land-Legende. Fuck it. Welchen Sprung bist du gefällt? Bei, äh, der Treppe. Oh mein Gott, das ist ja ab, fuck. Bist du bei mir gerade, oder was? Nein. Ich dachte schon, Alter, das ist eigentlich relativ easy. Einen hohen Turm einfach gebaut hat und einfach immer Leitersprünge. Eieiei, Alter. Also diese vierer Sprünge von dir sind echt kein Spaß. Ja. Oh, erster Platz. Oh, easy. Das war fertig. Das Checkpoint erreicht. War's das? Ah, das ist nur ein Checkpoint. Ja. Ach, lol. Oh, Alter, ich bin direkt reingelandet. Ähm, alles klar. Was ist auch immer das hier für eine Scheiße ist? Das letzte... Du musst hier hinten hoch. Ähm, muss ich hier wirklich einmal rumlaufen? Ja. Alter, was? Das ist scheiße. Lass sich bitte so eine Kacke einfallen. Aber das ist das letzte. Wow, 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 wow. Oh, nee. Boah, das ist scheiße. Hätte sein können. Alter, das ist ja... Ist das nervig. Jetzt kommt der nervige Teil. Ich bin da nie bei so einem Sprung verkackt. Oh, einer hängt noch bei meinem. Ja, ich find's ein bisschen schade, dass hier so viele Leute mal rausgehen. Heißt du? Das kann nicht sein. Alter, da wird mir ein bisschen wirrwärr hier, ne? Wir haben die ganze Zeit so einen Kreis, 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 Ende. Puh, zweiter Platz. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen täuscht von mir, wenn ich ehrlich bin. Ja. Lass es auch halten. Ich hab bei deinem Teil extrem lange aufgehalten. Oh, vorbei. Oh, GG. Ja, GG, ne? Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt mal ein nicht so langes Video war. Fünf Minuten, aber was soll's, ne? Also, man sieht sich dieses Ananas, ne? Tschüssi. Tschüssi.